Hallo Freunde der Virtualen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken Broken Spectre auf der Quest 2. Es ist ein App Lab Titel, der ist für 11,99 Euro erhältlich. Und bevor wir zur Story kommen, das Besondere daran ist, dass wir alles mit der Hand steuern. Also es ist ein komplettes handsteuerbares Game. Ihr könnt auch die Controller nutzen, es wird aber empfohlen, wirklich auf Handsteuerung zu gehen. Wir kommen nachher in ein kleines Tutorial rein, wo alles erklärt wird, wie man was steuert. Und ja, das gucken wir uns auf jeden Fall auch gemeinsam an, dass ihr da auch eine Vorstellung zu habt. Broken Spectre ist ein interaktives Game, wo wir eine tiefgehende Story haben. Wir haben Horrorelemente, wir haben brutale Szenen, so wie ich gelesen habe. Ich bin gespannt, wie sehr Horror. Ihr kennt ja meine Meinung zu Horror Games, ich hasse sie. Aber ich hoffe, es wird nicht zu hart. Ja, Broken Spectre ist einfach, das nennt sich Brockengespenst. Es ist ein optischer Effekt, den oft Wanderer in den Bergen haben, wenn die auf Nebelwände schauen und der Schatten von sich selbst dann in dem Nebel gesehen werden kann. Und dann hat man auch noch so eine Regenbogen-Silhouette da rum. Und dieses Phänomen nennt man Broken Spectre. Inwiefern das Game sich darum handelt, müssen wir mal abwarten. Von der Story her, wir sind Casey, wir sind als neunjähriges Mädel mit unserem Vater in die Berge gegangen. Und ja, der Vater ist dann nicht mehr aufgetaucht. Wir wurden dann noch irgendwie gefunden. Darum dreht sich Story sich eigentlich. Ja Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Profil 1. Und hier sind wir in einem kleinen Tutorial. Das habe ich eben schon mal durchgespielt. Also wenn man so macht, soll wohl was passieren. Funktioniert eben eigentlich ganz gut. Genau so. Ja, Vorführeffekt. Also so öffnen wir unser Menü. Hier haben wir die Settings. Wir haben eine Kalibration. Die mache ich jetzt auch einfach mal kurz. Recalibrate. So. Audio. Jetzt kommen wir zu dem Interessanten. Wir haben leider nur eine englische Ausgabe, Sprachausgabe oder eine französische. Ist ein französischer Entwickler. Und wir haben Untertitel in Englisch, Französisch, Spanisch und ich glaube Chinesisch ist es. Und ich habe noch nachgefragt, ob es deutsche Untertitel gibt oder ja, ob die geplant sind. Habe ich aktuell noch keine Aussage zu bekommen. Wenn ich da was habe, werde ich unten in die Kommentare reinpacken. Und in die Beschreibung natürlich. Und ja, unter den Kommentaren werde ich es dann auch anpingen, wenn es da was deutsches gibt. Wenn ich da eine Rückmeldung habe von. Wir müssen erstmal damit klarkommen. Alles werde ich jetzt nicht übersetzen können. Weil sonst wird das Gameplay einfach zu lange dauern. Ja, wir haben einfach eine Snap Rotation. Kann man auch ausschalten, wenn man will. Ich lasse es einfach mal so, weil es mit der Handsteuerung ganz gut funktioniert. Ja, hier haben wir nochmal eine kleine Erklärung, wie wir was steuern können. Kommen wir aber gleich zu. Ja, dann haben wir hier nochmal unser Objectives, was wir machen sollen. Und dann haben wir noch einen Rucksack. Weiter geht's. Was zur Hölle? Es ist über 20 Jahre lang. Genau, wir kommen auf einmal einen Anruf von unserem Vater. Das ist mir. Ich weiß nicht, ob ich dich will, aber ich musste versuchen. Ich habe mich verletzt. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Ich wollte dich wieder sehen. Ich wollte dich wiedersehen. Nur zu sagen, ich bin sorry. Dad, warte, wo bist du? Dad? Dad? Ich versuche, Papa, ich gehe niemals zurück zur Mountain. Wir haben Oma versprochen, nie mehr da hinten zurück zu gehen. Ich war fast 10 Jahre alt, als er geschehen hat. Für alle Outdoor-Adventurers, das ist dein letzte Weekend, um die Straßen zu treffen, bevor ein Kühlschrank kommt. Wenn ich ihn finde, muss es jetzt sein. Geht nicht. Er ging nach den Mountain für ein letzte Spezimen. Und kam nie zurück. Ja, hier kann man sich jetzt den Zeitungsartikel von 89 noch durchlesen. Ja, er war Dr. Grant Brewer. Genau. Cold Blood Mountain. British Columbia und so weiter und so fort. Gehen wir mal weiter. Untertitel können wir auch ausschalten, wenn euch die stören. Ich habe sie jetzt für euch erstmal eingeschaltet. Ja, wenn ihr das spielen wollt, könnt ihr das dann halt auch ausschalten. Casey had been left in the RV while her father went on a solo hike up the mountain. When he failed to return. Okay, also er hat sie zurückgelassen im RV. Weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ist es ein Wohnwagen vielleicht? However, the door of the RV became stuck and she was unable to get out. Also die hat nicht alleine rausgefunden. Also die hat alleine da für mehrere Tage überlebt. Hypothermia ist glaube ich, wenn sie unterkühlt ist. Okay, das ist auf jeden Fall Casey, also wir und die Oma. No one ever found his body. But after 20 years we tried to move on. Ich hoffe, er ist nicht zu gruselig. Also wir sind immer noch im Tutorial, ne? Finde ich aber eigentlich cool, dass man die Story verpackt im Tutorial. Das ist gut. Ich sollte bereit sein. Wo ist mein Bag? Genau. So können wir einfach snap turnen. Super easy. Hier ist unser Rucksack. Den kann man sich ergreifen. Also das funktioniert alles einfach super. Bis aufs Menü eben. Probieren wir nochmal. Menü. Machen wir gleich ein Spiel. Ich weiß nicht, ob er jetzt freigeschaltet ist. Kopflampe. Kopflampe brauchen wir, ne? Oh, look her. Headlamp. Round and be back before dark. You never know what might happen. He's a grandfather now. I can't believe he's missing Laurens life too. Also der Vater ist schon eigentlich Opa, weil wir auch ne Tochter haben. Hallo? Wow. The Valley is as beautiful as ever. Even this late in the season. No wonder Dad never wanted to leave. Trail closed. Permanent. Also so erinnert mich das ein bisschen an Firewatch. Das habe ich ja auch mal als WA-Titel vorgestellt. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Wir haben hier jetzt unsere Low-Poly-Welt. Grafisch ist das natürlich mehr so, ja, Comic würde ich jetzt mal sagen. Die weit entfernten Bäume sehen jetzt nicht so toll aus. Das ist einfach nur so ein daher geklatschte Bilddatei. Aber gut. Wir sind hier immer noch im Quest-Land. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn die Story stimmt, das Gameplay stimmt, alles in Ordnung. Was ich eben vergessen habe zu erwähnen, ist es einer der Player Wedge Entwickler hat das hier entwickelt. Wow. Ich erinnere mich, dass ich dieses Map auf dieser Geburt gedreht habe, als ich ein Kind war. Das sieht aus wie ein Vater. Aber es sollte hier nicht sein. Es sollte hier sein. Es sollte hier sein. Es ist ein Vater. Es ist jemand hier. Grant? Ähm... Dad? Es ist Casey. Hast du da drin? Es riecht wie Tod. Niemand hat hier seit Jahren gearbeitet. Ich kann nicht glauben, Dad, lass mich diese Hände essen. Wir fallen jetzt nicht aus. Aber... Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Okay, hier ist nichts. Puh! Poor thing probably died from eating too much cereal. Armer Sebastian und arme Ratte. Okay, was ist das? Legend of the Brocken Spectre. Brocken Spectre. Oh, da ist ein Schlüssel. The Toolbox Key. Oh, die habe ich doch gerade hier irgendwo gesehen. Na komm. Funktioniert es jetzt nicht so gut, weil ich den Schlüssel in der Hand habe? Okay. Okay, da. Was haben wir da drin? Aha! Wirecutters. Handy für cutting fences. Okay. Was haben wir hier noch? Können wir hier irgendwas greifen oder nehmen? Nein, nein. Also wenn man irgendwas nehmen kann, habt ihr ja gesehen, jetzt schon öfters dann kommt diese blaue Hand, ne? Okay, auch nicht. In die Richtung kann man auch nicht. Okay, wir könnten natürlich jetzt auch aufstehen und dann mal ein bisschen schauen. Ah! Da kommt aber direkt die Meldung. Es ist eine stationäre Erfahrung und man sollte schon nicht rumlaufen. Also es ist schon auch gut auf Sitzen ausgelegt. Das ist natürlich auch, ne? Es gibt Leute, die gerne im Sitzen spielen oder im Sitzen spielen müssen, weil sie eventuell im Rollstuhl sitzen. Das ist natürlich perfekt. Okay, das kann ich jetzt machen hier. Hallo. Ja. 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 Und andere Sachen noch, ne? Puma und so weiter und so fort. Bären. Home. Hi, Mom. You at Mia's place yet? Yeah, I'm here. Mia says hi. Hi, Mia. Can I talk to her? Oh, uh, no. She just went to the bathroom and we've got to get to the concert. Fine. Have fun seeing your old person rock band. We will. And don't turn into a groupie. You gotta come back for my birthday party. You're too young to know what a groupie is. Please, Mom. I turned 10 this weekend. Just don't miss my party. I would never. Oh, and Grandma wants to talk to you. Bye. Love you. Love you too, Lauren. Hey, honey. Uh, where's your sleeping bag? Lauren wants to use it for a slumber party. Oh, uh. I must have lent it to someone. I'll find it when I get home. Okay. Well, I hope you remember. Have fun. Thanks, Grandma. I will. She'd never believed me anyway. Okay, sie hat verheimlicht, dass sie hier ihren Vater sucht. Okay, hier wird uns gezeigt, wir sollen es anfassen. The Hikes on this mountain are extra fun. We know why? Because you're with your cool bot. Oh, is this in Erinnerung? I was gonna say, because the plants are mega weird. But sure, Dad, you're fun too. Okay. Well, I'm not the first person to break through the funds. I forgot how this place feels like stepping into a different world. As a kid, it was exciting. Now it's kind of unsettling. Trailblaze legend. How to identify and interpret trail signs. Start the trail. Ah, da haben wir hier diese Zeichen. End of trail. Dann haben wir zwei Zeichen oben. Left turn. So, continuous straight. Also geradeaus gehen ist... Okay. Right turn. You see this sign, Casey? Aha. Trailblaze legend. Memorize the symbols on it so you can find your way to the campsite. Also ich würde fast sagen, dass wir dann erstmal hier lang gehen. Wirklich den Weg entlang. So nochmal uns einprägen. Oben links und unten rechts ist left. Right, okay. Sollte ich, sollte ich hinkriegen. Ich hoffe. Oh, da haben wir eine Erinnerung. Oder was auch immer es ist. The mountain promises answers. Ich schliebe. Ich schliebe. Weil ich sehe. Ich weiß. Mhm. So, hier geradeaus. Okay. Hier ist nochmal links. Man kann natürlich aber dann auch woanders lang, ne? Hello? Anyone here? Oh. Okay. Lass nichts Schlimmes passieren. Okay, noch. Oh je. Ist das unser Haus? Okay. Okay. Okay, also es ist wirklich unsere Hütte hier. Und die hat als kleines Kind hier, äh, ja, ja. Das ist Baba Jaga gesehen. Was auch immer das ist. Oh je. Ah. Da haben wir noch mehr. Guck mal. Da ist das auch dieser Effekt, den ich euch am Anfang versucht habe zu erklären. Das ist dieses Brocken-Gespenst. Das ist einfach nur ein optischer Effekt, der dann eintritt. Und wurde erstmals, ich habe es nachgegoogelt, 1785 oder so entdeckt. Oder wurde es auf jeden Fall festgehalten. Sieht schon gruselig aus. Also wenn man jetzt wandern geht und die, das soll sich auch bewegen leicht. Und, äh, auch mit dieser Silhouette dann. Obwohl es der eigene Schatten ist, äh, muss es wohl sehr gespenstig aussehen. At Camp. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Da haben wir noch was. Na komm. Irgendeine Pflanze? Würde ich jetzt mal tippen. Irgendeine Leuchten, eine Pflanze. Okay, da können wir nichts nehmen. Oh, ich dachte gerade hier, kommt jetzt irgendwas an dieses Fenster. Guck mal her. Na komm. Hikers lieber. All kinds of things here. Okay. Die Frau sieht halt aus. Da sieht man ja irgendwie wie Frau. Und dann sieht man das Haus aus. Ja, das ist ein bisschen wie Frau. Dieser Weg führt zu Dads Garten, aber es ist zu übergewachsen mit Brambles, um durchzuführen zu können. Oh mein Gott, es ist er! Dad! Dad! Er hat mich nicht erinnern. Natürlich hat er ihn nicht. Du bist nicht mehr ein 10-jähriger Kind. Aber er ist hier. Der Telefon war wirklich. Ich muss ihn anrufen. Ich sollte meine Kletterausrüstung haben. Scheiße! Die Strecke hat verlassen. Es muss noch einen anderen Weg hin. Vielleicht könnte ich diese Strecke benutzen. Aber es ist so übergewachsen. Ich muss etwas finden, um durchzuführen zu können. Ist das jetzt wieder in Erinnerung oder sowas? Diese alten Steine, rufen mich an, wie sie dich anrufen. Der Cycle ist weiter. Wir sind aufgewachsen. Also diese altertümlichen Steine, rufen nach uns, hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber... Irgendwas scheint mit diesen Steinen zu sein. Okay. Ich erinnere mich an Blair Witch. Wen auch, gell? Mal in die Comments rein. Mal schauen, ob wir hier irgendwas... Links, rechts... Ist wahrscheinlich jetzt egal, wo wir lang gehen. Warum ist diese Bereich weggeflogen? Es ist weit nach den Kleidungsmarkern. Es sollte niemand hier drin sein. Ist das etwas, was auf dem Baum hängt? Es ist die Steine hier. Es muss ziemlich alt sein sein. Du solltest nicht... Verdammt! Ich brauche diese Steine, um zu dem Campsite zu fahren. In irgendeinen Spalt gefallen, das war es dann wohl, mit der Climing Gear. Mit unserer Bergsteigerausrüstung. Von da kommen wir. Dann gehen wir mal da lang. Sind wir jetzt gerade im Kreis gelaufen. Ja. Da lang läuft man im Kreis. Okay. Dann müssen wir... ...wieder zurück. Von da kommen wir ja... Ich sollte meine Climing Gear haben. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Da war ja... ... oben noch ein anderer Weg. Oder? So. Ich habe ja mal Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. So. Nein. Nein, nein, nein. Aber da geht es ja auch nicht weiter. Wir könnten jetzt komplett zurück. Komm, wir gehen mal komplett zurück. So. 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 läuft einmal um diese um diese steine rum nee ist ein anderer weg weil okay da ist noch ein zaun dad put his garden behind these rocks he collected plants and watch them in this area okay da ist wieder zu gerade gesagt hier wäre irgendwo der garten von dem vater hier sind wir wieder auf dem weg wir müssen nach links das sind seltsame pflanzen okay das habe ich auch gelesen dass es hier um die das ist sehr wichtig dass du nicht touch the flowers warum nicht was wrong with them are they poisonous ich bin nicht sicher ich brauche mehr testen aber bis dahin was du du nicht touch okay die sehen echt gruselig aus also ich würde jetzt auch wenn ich wirklich darüber sehen würde würde ich auch nicht auf die idee kommen die die mal anzufassen aime aber but you're not with nea where are you i i am on the mountain casey you promised me lauren needs grandma i saw him maybe someone is up there but it isn't your dad who else could it be honey Kannst du die Zeit nicht zurückdrehen, der Berg hat uns so viel genommen. Es ist nur ein schnelles Blick, um zu sehen, ob der Vater da ist. Ich muss gehen. Ich liebe dich. Sorry, Grandma. Aber wenn der Vater hier ist, dann werde ich nicht ohne ihn gehen. Also, die Oma meint, es ist nicht der der, es ist irgendwer anders. Ein wunderschöner Wahl für eine Gartenstelle. Aber es sollte durch die schmerzen Spiele kippen. Wer noch hier ist? Uiuiui, hab ich mich erschrocken. Also rechts führt's auf den normalen Weg entlang. Da, wo wir auch durchkommen. Komm, wir gehen erstmal die Stellen, wo wir eigentlich nicht lang kommen. Oder eben nicht lang gekommen wären. Was ist das? Nein. Entweder ein Grab oder eine Holzantenne. Okay. Jetzt können wir wieder genau den Weg lang laufen. Da waren ja auch noch Sträucher, die wir für das Seil brauchten. Also, die Sträucher wegmachen und dann kann man ans Seil ran. Ist der da wieder da oben? Ne. Zap, Zap, Zap. Das ist nur was ich brauche, um die Schmerzen herzustellen und die Schmerzen herzustellen. Ich sollte meine Schmerzen herzustellen haben. Okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich da runterklettern, wo das eben reingefallen ist. Vermute ich mal. Ah. Ich hab Angst vor. Es sollen nicht viele Jumpscares da sein. Ich hoffe. Ich hab Glück. Und runter. Es hört sich nicht gut an. Oh mein Gott. Nein. Nein! Ist das der Faser? Ah! Ah! Oh oh oh! Damit haben die gerechnet, ne? Dass man so was macht, die Entwickler. Top. Okay. Also, hier ist schon mal jemand reingestürzt. Ich muss hier ausgehen. Noen würde mich hier finden, wenn ich nicht aufgehen kann. Ja, 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 ja. Okay. Ich sollte die Polizei über den deaden Climber reden. Scheiße, es brach, als ich falle. Aber Vater muss einen Telefon haben. Er hat mich nachher geholfen. Okay, wir müssen jetzt, wir haben die Ausrüstung, wir müssen jetzt eigentlich wieder zu dem Berg, aber wir gucken uns natürlich alles mal an. Hier ist wieder eine Erinnerung, hier ist aber nichts anderes. Ich kann dich noch nicht kennen, aber ich werde. Du kannst mich Christoph nennen und ich zeige dir meine Hand. Okay. Ja, machen wir das erstmal. Also, wir müssen jetzt unbedingt zum Berg. Das sieht ein bisschen auch lustig aus in der Kamera, wenn ich hier die ganze Zeit hier diesen mache. Okay, jetzt sind wir wieder im Haus. Dann ging es nach links, genau. Da sind wir. Jetzt kommen wir hoch. Okay, wir sind oben. Hier war der Vater auch eben. Es ist ein Monster plant. Ja, irgendwie. Wissenschaftler nennen sie es eine Chimera. Eine Chimera? Ja. Eine Chimera ist ein Organismus, das von genetisch unterschiedlichen Tissuen gemacht hat, zusammengefasst oder mutatiert. Mutatiert? Wie die Ninja Turtles? Ein bisschen, ja. Okay. Ist das ein Mountain goat? Okay. Ich komme von links. Es ist ein Monster plant. Da lang. Jetzt rechts. Links. Oh je. Oh je, du hängst fest. Na komm. Ach du Scheiße. Oh je. Ach du Scheiße. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Du hattest keine Wahl. Wie? Wie? Wie hat das passiert? Okay, so ist das ein Prevy. Oh Gott, das ist ein Auge. Oh je, oh je. Na komm. Wie ist das Auto hier? Wie ist das Auto hier? Wie habe ich zurückgezogen? Nein. Das ist definitiv unser alte Campsite. Genau wie es war, als ich ein Kind war. Grant! Dad! Wo warst du? Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen weiter auf die Mountain für ein paar Plant samples. Aber ich konnte dich nicht finden. Ich war alle die Straßen für Stunden. Ich war nur 30 Minuten. Es war Stunden. See? Die Sonne ist zu sehen. Huh. So ist es. Dad immer verloren, die Zeit hier. Es war nicht so. Ich bin hier. Grandma, ich bin hier. Ja, Mom. Ich bin hier. Over. Dad? Where are you? Grant! You can study any other mountain. Not this one. Please. Over. There's something special about this mountain. I need to know what's causing these chimeras. Over. And what about Casey? She's missing school and her birthday is coming soon. Over. She's got plenty of time. I need to get some more answers before I head back. Grant. Please. I told you. That mountain is cursed. Grandma? Dad? Hello? Hello? When did this call happen? Casey. Do you want to play a game? Oh, I'm sorry, sir. It's mold. Create that chimera. You see that plant sample on the table? Your mission is to find the specimens that create this chimera and put them in the box. I remember this game. First sample. This is a generic chimera made up of two flowers. Mhm. Also, die, äh, Oma oder die Mutter von dem Grant hat, äh, ein Gespräch geführt mit ihm, als er wahrscheinlich kurz bevor er verschwunden ist, und hat gesagt, er soll abhauen von diesem, von diesem Berg, weil er verflucht ist. Warum er jetzt so eine Zeitreise hier macht, keine Ahnung. Hm, keine Ahnung. Try again. Ah, komm. Ah, schau mal da. Okay. Das war definitiv falsch. Was sind das denn? Zähne? Das sieht aus wie Zähne. Das sieht aus wie Zähne. Das ist die. Okay, jetzt muss ich noch eine andere suchen. Was ist das denn? Das sieht aus wie Zähne. Das sieht aus wie Zähne. Schlingpflanze könnte die da hinten sein, ne? Die wird es nicht sein, dann probieren wir mal. Nein, dich nicht. Das. Naja, manchmal will er da nicht nach links. Ich weiß nicht woran, ob es liegt. Try again. Okay, okay. Aber nur wenn ich irgendwas in der anderen Hand habe. Ich würde fast sagen, hier dieses Efeu-Gewächs oder was es auch immer ist. Das ist richtig. Diese Plante ist irgendwie mit einem Butterfly. Ich glaube, ich weiß, was dem passiert ist. Der ist bestimmt zu einer Flanze geworden. Federn. Und dann fahren. Du bist fahren, komm. Korrekt. Was für eine unglaubliche Erkrankung. Dieser hat drei Komponenten zusammen. Zähne haben wir eben da gesehen, ne? Und dieses Grüne sehe ich jetzt da. Dann holen wir noch die Zähne. Ich meine, gehört auch zur Story erzählen, damit man weiß, was hier überhaupt Sache ist. Dass hier die Pflanzenwelt und die Tierwelt zusammen wächst. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, ne? Vielleicht hat es den Vater ja auch erwischt. Das ist es! Ich habe nie gesehen, eine Chimerik-Mutation zwischen drei verschiedenen Organismen. Hast du eine Chimera gefunden? Willst du mir zeigen? Wo hast du das gefunden? Ich habe nie gesehen, wie das so. Um, auf der Weg. Da war ein Götchen fügt mit einem Böder. Ein Götchen? Ich habe ihn frei genommen. Oh, Casey, das war gefährlich. Nächste Zeit, komm und hol mich. Okay? Ich versuche dich zu holen. Ich weiß nicht, wo du bist. Die Böderböder sind nicht immer so schnell. Ich muss das schauen. Du bleibst hier. Ich werde bald wieder zurück. Ich sehe, dass du aus meiner Vergangenheit gespielt hast. Was ist das? 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 Ich habe ein paar Böderböder gefunden. Ich habe ein paar Böderböder gefunden. Ich habe ein paar Böderböder gefunden. Ich habe ein paar Fotografie-Mutationen mit mir, um mehr Beziehungen zu dokumentieren. Ich habe ein paar Böderböder geholfen. Ich habe niemals auf der Böderböder, aber er ist nicht hier, um mich zu verhindern. Ich habe ein paar Böderböder. Okay. Warum ist es plötzlich so schmerz? Wie lange war ich in der RV? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja super. Ich fühle mich schon echt viel sicherer. Ich hoffe, das ist der Weg zu der Mine. Also die Geräusche, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so hört, sie sind ziemlich... Spooky. Aber ich sehe hier auch keinen bösen Menschen oder Monster. Was war das? Also das sieht nicht gut aus. Da ist auch wieder irgendwie sowas. Dead End. Ich sollte dein Vater nicht beschützen. Okay. Nicht gut. Dein Vater wird dich nicht beschützen. Oh Gott, oh Gott. Der kommt. Oh Gott. Das war eine Mistgeburt. Heftig. Leute. Das ist das Ding. Und... Es sieht aus wie das Monster ich trüe als Kind. Die viele sind einer in der Chimera. Well... Ich habe die Mine. Die viele sind einer in der Chimera. Die Zeit ist für eine andere. Okay. Manchmal gehe ich automatisch, obwohl ich das gar nicht will. Grant? Christoph? I think I've heard him. Maybe they're specimens. There was a man named Christoph here. He was tracking the Chimera. He was tracking the Chimera and he left his notes behind. Mhm. Okay. Okay. Dad brought his camera and chemicals up here. He must have been using the mineshaft as a dark room. Ah. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Da habe ich zu spät das Ding hier gesehen. So. So. Ach, ich will nicht da hin. Hallo? Hallo? This is crazy. But I have no options. I have been trapped here for days. And Casey is all alone. Days? You've been gone decades. Wait, der unten wird der nicht überlebt haben. It's dad's dark room. Oh, nein, the light room and the photos. But that means they were fresh. Disturbing. But maybe I could use that dagger. Climbing? Hm? Climbing Gea? Und für was? Hab ich mich jetzt selber geschnitten? Okay. There's space to hang more photos. I need to find the chemicals that go in these bins. Is guter. Undeveloped photos. Maybe these will reveal where he is. Okay. I can't develop these until I get a red light in here. This stops the photos once they're developed. Okay. Rot in Rot. Rote Lampe. Okay. Ich glaube, wir können die rote Lampe mit unserem Blut machen. Now it's safe to develop his photos. Undeveloped photos. Brauchen wir nicht noch ein bisschen mehr? Undeveloped photos. Maybe these will reveal where he is. I can develop these in the chemical bath bins. Wie soll das funktionieren? Wir sind ja... Ach. Ach. Ach, da. Da ist doch noch die Chemikalie. Da. Komm. This will clean the chemicals off the photos. Okay. Dann brauchen wir jetzt einmal nur noch den Entwickler. Was ist der denn hier? Hm. Da. Da steht doch was. Na zupo. It's been a long time since I practiced this with dad. Okay. Bin's full and ready. Now hang them up to dry. Da war noch Platz. Was hat er die wieder losgelassen? Let's see what you did. Oh je. Nicht gut. The body must be that of a life. I don't believe what I've done. Ugh. You killed it. My blood must first be poisoned. How will I survive this? Is that a bite? A ritual dagger must sacrifice the goat. I have no choice. A ritual? The chimera will be answered. These photos are his hands. He did this. Oh no, no, no! Okay. Okay. Also der Vater hat sich selber hier irgendwie verstümmelt, vergiftet und irgendeinem Normalen abgehalten. Okay. 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 Es ist ein Deadend. Holy shit, das war knapp. Wo bin ich? Das ist der Platz in der Ferse. Dad? Es ist komplett verbunden mit dir. Entschuldigung, ich kann dich nicht freu. Wir müssen alle von uns machen. Der ist aber mit dem Stein verwachsen. Oh, ja. Oh, ja. Aber ich... Ich weiß nicht, ich kann dich von dir helfen. Grandma? Aber ich bin nur ein paar... ...hier... ...hier... ...at least es fühlt sich nur ein paar Stunden. Ich kann es nicht allein machen, aber er ist nicht alleine. Ja. Oh, shit! Okay. Hm. Hier geht es aber auch ein bisschen weiter, oder? Ja. Oh. Ich bin zuhause. Oh! 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 Oh, ich bin zuhause. Wir suchen uns einfach einen Handeln. Oh! Okay, nicht aufgeräumt. I can't believe I'm doing this. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch hier. Okay, ist jetzt wieder weggepackt das Baby oder haben wir es im Rucksack? Ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall gerne in die Comments reinschreiben. Dann würde ich das wahrscheinlich hier nochmal weiterspielen. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zum kleinen Erstfazit. Also mir gefällt das Storytelling ziemlich gut. Die Steuerung funktioniert, wie ihr seht, ganz gut. Ab und zu hakt es mal ein bisschen. Das kann aber sein, wenn man selber irgendwelche unbewussten Bewegungen macht mit der Hand, wo das Spiel dann drauf reagiert. Aber ansonsten funktioniert das echt toll. Stimmung ist super. Also man wird richtig schön mit reingezogen. Soundtrack ist gut. Die Synchronstimmen sind top. Einzige Wermut-Tropfen für die Leute, die überhaupt kein Englisch verstehen. Es gibt keine deutschen Untertitel. Ich hoffe, die werden nachgereicht. Aber bis jetzt muss ich sagen, für 11,99 Euro echt ein cooler, ja, sag ich mal, Adventure-Horror-Game. Bisher hält sich das richtig Horrormäßige noch zurück, sag ich mal. Es ist creepy, keine Frage. Die Stimmung ist auch ziemlich cool gemacht. Aber ja, ich habe schon bisher, bisher schon schlimmere Spiele gehabt. Aber wie gesagt, das Storytelling passt für mich. Und das Spiel ist echt cool gemacht. Gut gelungen. Man darf aber kein, ja, Grafik-Triple-A-Game erwarten. Das ist von der Grafik her halt, ja, wie ihr seht, Low-Poly. Aber für mich gar nicht so wichtig in VR. Das andere passt alles. Und ja, was sagt ihr zum Titel? Gerne mal in die Comments reinschreiben, was ihr vom Spiel haltet. Und ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Und ja, wollt ihr mehr sehen von dem Titel? Dann gerne auch reinschreiben in die Kommentare. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like aufs Video draufhaut. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne mal ein Abo raus. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.